Musik ist mehr als Klang, Melodie, Rhythmus. Denn damit ist eine Menge Bedeutung verbunden. Wenn zum Beispiel im bayerischen Fernsehen alte alpenländische Volksmusik in einem Wirtshaus gespielt wird, alles in den Trachten gekleidet, mit einem Glas Bier vor sich, dann geht es da viel um Zugehörigkeit, Lebensart, Einstellungen. Solche Bedeutungen, die die Musik transportiert, sind bei einem Rockfestival natürlich ganz anders. Aber genauso da. Auch bei anderer Musik. Etwa bei Festspielen der klassischen Musik in Salzburg oder Bayreuth, wo konventionelle Bildung und bürgerlicher Lebensstil eine große Rolle spielen. Begeistert man sich für eine Musikart, dann ist viel geistiger und emotionaler Bezug im Spiel, der über die pure Musik hinausgeht. Was bietet der Jazz in dieser Hinsicht? Die meisten heutigen Jazzmusiker wurden in Jazzschulen ausgebildet. Und das ist eine völlig andere Welt als die Untergrundkultur, die die großen, kreativen Meister des Jazz hervorgebracht hat. Louis Armstrong, Charlie Parker, John Coltrane, Steve Coleman und so weiter. Im Gegensatz zur schulischen Ausbildung erforderte die Laufbahn der Meister ein hohes Maß an selbstständiger Entwicklung, musikalischer und persönlicher. So erschienen die Meister schließlich mit eigenem Ausdruck, eigenen musikalischen Aussagen, als ausgeprägte Persönlichkeiten, die tief bewegen und faszinieren, wenn man ein wenig mit ihrer Kultur vertraut ist. Man hat dabei immer seine eigene Perspektive, holt sich heraus, was einem gefällt. Doch kann das verständnisvoller folgen, sodass eine fruchtbare Beziehung zu dieser Kultur und ihren Meistern entsteht. Was man daraus an Lebensgefühl und Lebenserfahrung beziehen kann, darum geht es in den folgenden Videos.